Notwehr Wir sollen das Leben teilen, wir sollen füreinander einstehen, lesern und offen sein, gastfrei sein und Jesus nachfolgen. Die meisten Kirchenchristen folgen der Religion und nicht Jesus. Sie folgen dem, was Menschen sagen und nicht dem, was Gott sagt. Wo wird denn Gottes Wort gepredigt? Wo wird Hingabe und Nachfolge gepredigt? In Gottes Wort ist die Kamera auf uns gerichtet, auf unsere Reinheit, auf unsere Liebe, auf unsere Hingabe, unseren Gehorsam, unsere Nachfolge. Und in den Kirchen ist die Kamera gerichtet auf Gott, der liebt und gibt und tut und der nichts von uns verlangt. Das falsche Evangelium ist ein Evangelium, das die Menschen sich selbst gebastelt haben und sie haben sich einen Gott erschaffen, einen Götzen, den sie anbeten. Wenn sie Gott kennen würden, wüssten sie, dass Gott so anders ist, als ihn die Theologen darstellen. Deshalb ist es notwendig, es ist Notwehr, diese Kirchen zu verlassen und das Kämmerlein zum Lebenszentrum zu machen, indem man im Wort studiert, wie Gott ist, was Gott will und wie wir leben sollen. Gott ist heilig und rein und wenn wir Gemeinschaft mit ihm suchen, dann nur zu seinen Bedingungen. In uns muss die Entscheidung wachsen, dass wir Unreinheit und Sünde hassen. Das ist der Mensch, an dem Gott wohlgefallen hat und Gott führt uns dann Schritte in die Reinheit. Er gibt uns dann Überwinderkraft, wenn wir ihn darum bitten. Und wenn wir ihn lieben, weil wir in Gehorsam leben, dann offenbart Gott sich. Die Kirchen bremsen die Sünder in der Heiligung. Denn die Predigt eines lieben Gottes bringt Menschen zu 100% in die Hölle. Denn die Menschen haben nicht die Kraft zum Überwinden. Dein Gottesbild entscheidet, ob dein schlechtes Gewissen nach der Sünde den Hass auf die Sünde entwickelt. Wenn du glaubst, dass Gott nur Liebe ist, wirst du deine Sündenliebe rechtfertigen. Doch wenn du erkennst, dass dein schlechtes Gewissen nach der Sünde von Gott ist, dass es eine Offenbarung Gottes ist und du Gott ernst nimmst, weil du seinen Hass auf die Sünde kennst, dann erkennst du im schlechten Gewissen Gottes Liebe in dir, die zu dir spricht. Warum haben Ungläubige ein besseres Gewissen? Weil sie sich nicht ständig das Märchen vom lieben Gott anhören, sondern ihrem Gewissen mehr folgen als den Theologen, die Lügen und Märchen von Gott erzählen, weil sie Geld dafür bekommen, weil sie sich prostituieren für das Geld, weil sie Gott nicht kennen und ihre eigene Sünde und Unreinheit auf die Menschen in den Kirchen übertragen. Es ist Notwehr, aus den Kirchen zu flüchten, um ein Leben in Reinheit und Heiligung zu leben. Sage mir, in welche Kirche du gehst und ich sage dir, was du glaubst. Sage mir, welchen Pastor du zuhörst und ich sage dir, dass seine Unreinheit sich auf seine Zuhörer überträgt. Leute, lest das Wort, denn das Wort ist Reinheit und stoppt dem Zucker der Theologen zuzuhören. Sie predigen Gottes Gnade, ohne dass die Menschen die Bedingungen erfüllen. Sie predigen Gottes Liebe, ohne dass die Menschen Gott lieben. Sie predigen Segen von Gott, ohne dass die Menschen sich Gott unterstellen. Sie predigen den Himmel, ohne dass die Menschen allem entsagen, was sie haben und Jesu Jünger sind. Mache von deinem Recht auf Notwehr Gebrauch. Reinheit ist eine Entscheidung, genau wie Liebe, genau wie Nachfolge Jesu. Und wenn Kirche es nicht schafft, dich zum Überwinder zu machen, dann gehe ins Kämmerlein und bitte Jesus, dass er dich zum Überwinder macht. Unser Charakter soll von Treue und Hingabe bestimmt sein. Und das kostet Arbeit und es braucht Nähe zu Jesus, die wir jeden Tag neu suchen und erleben. Gott segne dich.